Wie sinnvoll ist die präklinische Gabe von Tranexamsäure? Mit dieser Frage beschäftigen wir uns in den nächsten Minuten und das hat aus meiner Sicht auch absolut Sinn. Und zwar aus drei Gründen. Erstens, die Hyperfibrinolyse ist ein eigenständiger Pathomechanismus und Bestandteil der traumatisch induzierten Coagulopathie. Dieser Pathomechanismus entsteht zum Zeitpunkt des Traumas und ist damit auch nicht erst im Verlauf des Managements ans Thema, sondern umgehend in der präklinischen Versorgung maßgeblich ein Punkt, der mit berücksichtigt werden sollte. Zweitens, die Hyperfibrinolyse erhöht relativ die Mortalität durch Verbluten im Vergleich zu den Gruppen, die nach Trauma keine Hyperfibrinolyse erlitten haben. Damit hat das Thema Hyperfibrinolyse maßgeblich große Konsequenzen für das Outcome unserer Patientinnen und Patienten. Und drittens, wir wissen, dass die frühzeitige, also präklinische Gabe von Tranexamsäure tatsächlich auch bereits im Schockraum zur Stabilisierung eines Klots führt. Das heißt, dass das Antifibrinolytikum, wenn wir es präklinisch applizieren, genau das macht, was es soll. Es stabilisiert den Klot und wirkt der Hyperfibrinolyse entgegen. Behält man diese drei Punkte im Hinterkopf, kann man sich sehr gut vorstellen, warum es wichtig ist zu diskutieren, inwiefern es sinnvoll ist, die Tranexamsäure bereits in der Präklinik zu applizieren. Zwischenzeitlich hat man zu dieser Fragestellung von einiges an Untersuchungen publiziert. Beginnend mit Analysen aus militärischem Setting, also Trauma durch irgendwelche Gefechtssituationen, wurde im weiteren Verlauf auch präklinisch unter zivilen Bedingungen Tranexamsäure appliziert und die Wirkung untersucht. Eine der mit Sicherheit bekanntesten und vielleicht auch eine der wichtigsten Untersuchungen, weil sie dann alles weiter ins Rollen brachte, ist die berühmte Crash-2-Studie, die 2010 publiziert wurde und dazu führte, dass in den Rettungsdienstbereichen in Deutschland exponentiell zunehmend Tranexamsäure auf den Rettungsmitteln vorgehalten wurde. Die Crash-2-Studie blieb dann natürlich nicht alleine, sondern unter Berücksichtigung verschiedener Blutungsursachen wurde dann die Gabe von Tranexamsäure zunehmend untersucht. Und so standen dann nicht nur das schädliche Enttrauma oder intrazerebrale Blutungen, sondern auch eben postpartale und gastrointestinale Blutungen im Fokus von Untersuchungen, die dann insbesondere im Jahr 2020 durch weitere Studien, die auch teilweise die präklinischen Einsatzmöglichkeiten von Tranexamsäure im Fokus hatten, ergänzt wurden. Schauen wir uns die Daten nochmal genauer an. Natürlich ist Crash-2 erdrückend durch die hohe Anzahl eingeschlossener Patientinnen und Patienten. Über 20.000 an der Zahl. Daran kommt man nicht so einfach vorbei. Allerdings hat tatsächlich diese Studie methodische Schwächen, die nicht unbeantwortet bleiben dürfen. Es gab keinen festen Hämotherapie-Algorithmus, der definiert hätte, wann Tranexamsäure zu applizieren ist und wann nicht. Der weitaus größte Anteil der Patientinnen und Patienten wurde in Schwellen- und Entwicklungsländern randomisiert und damit ist der Vergleich zu bundesdeutschen Verhältnissen natürlich eher hinkend. Zudem gab es keine eindeutig definierte Gerinnungsdiagnostik zum Zeitpunkt der Aufnahme im Schockraum. Das erschwert maßgeblich die Vergleichbarkeit der Gruppen. Spannend ist auch, dass nur 50% der Patientinnen und Patienten tatsächlich eine Transfusion benötigten. Und so verwundert es nicht, dass auch nur 5% der Patientinnen und Patienten, die eingeschlossen worden waren, tatsächlich eine Blutung als Todesursache aufwiesen. Da stellt man sich schon die Frage, ob das tatsächliche Ziel erreicht ist, das mit dieser Untersuchung ursprünglich gesetzt worden war. Die absolute Reduktion der Mortalität betrug nur 1,5%, was im Vergleich beispielsweise vorhergehend militärischer Untersuchungen wie der METAS-Trial extrem niedrig war. Hier war die absolute Reduktion immerhin 6,7%. Alles in allem konnte also die CRASH-2-Studie als einzige Untersuchung für die Tranexamsäuregabe bei Traumapatienten so nicht stehen bleiben und so wundert es nicht, dass ganz viele weitere Untersuchungen folgten, die allerdings sehr häufig einen anderen Schwerpunkt hatten. Für unser Thema heute, nämlich die präklinische Gabe von Tranexamsäure, ist die STAMP-Trial, die im Oktober vergangenen Jahres erschienen ist. Eine doppelblinde, randomisierte Placebo-kontrollierte Multi-Center-Studie aus den USA, die bereits in der Präklinik Tranexamsäure den Traumapatienten gab, die prähospital eine Tachycardie über 110 pro Minute oder eine Hypotonie unter 90 mm Hg systolisch aufwiesen. Diese Patienten erhielten 1 Gramm Tranexamsäure oder eben das Placebo und wurden im weiteren Verlauf untersucht. Tatsächlich ist das Ergebnis dieser Studie, dass es keinen signifikanten Unterschied gibt in der 30-Tage-Mortalität. 8,1% in der Tranexamsäure-Gruppe versus 9,9% in der Placebo-Gruppe. Die sekundären Outcome-Parameter zeigten ebenfalls keine Unterschiede. Und zwar sowohl in der 24-Stunden-Mortalität, in der Gesamtkrankenhaus-Mortalität, im Transfusionsbedarf und auch in der Rate der Lungenembolien sowie tiefen Venenthrombosen und anderen Nebenwirkungen. Tatsächlich hat man im Vorhinein drei wesentliche Subgruppen definiert, die dann einen signifikanten Unterschied zeigten. Und zwar die Gruppe, die innerhalb der ersten Stunde die Tranexamsäure erhielt, zeigte ein besseres Outcome. Traumapatienten in schweren Schockgeschehen zeigten ein signifikant besseres Überleben im Vergleich zu denen die Placebo erhielten und die Subgruppe der Patienten, die insgesamt höhere Dosierungen an Tranexamsäure erhielten, also bis zu 3 Gramm, hatten ebenfalls eine bessere Überlebenschance. Tatsächlich ist es so, dass die weiterführenden und untersuchten Subgruppen keine wesentlichen Unterschiede zeigten und auch keine tatsächlich verblüffenden Ergebnisse in Transportzeiten und Ähnlichem, sodass die Ergebnisse aus den USA mit den Verhältnissen in Deutschland relativ vergleichbar zu sein scheinen. Die Schlussfolgerung aus dieser Untersuchung scheint zu sein, dass Tranexamsäure extrem früh gegeben werden sollte, insbesondere bei den Patienten, die ein wirklich schweres Trauma mit schwerer Blutungssituation haben, dass genau diese Patienten dann davon zu profitieren scheinen. Um jedem Traumapatienten auch nur mit dem geringsten Verdacht von Blutung und ohne Schockgeschehen Tranexamsäure zu applizieren, haben diese Daten, die uns heute vorliegen, keine wirkliche Evidenz geliefert. Allerdings gibt es ja auch noch spezielle Traumata, natürlich im Kontext mit Tranexamsäure, die nicht vergessen werden dürfen. Und hier meine ich im Speziellen das isolierte Schädel-Hirntrauma und damit kommt man unweigerlich zur CRASH-3-Studie. Die CRASH-3-Studie war ebenfalls eine randomisierte, doppelverblindete, placebo-kontrollierte Studie, die in 175 Kliniken aus 29 Ländern durchgeführt worden ist. Über 12.000 Patienten wurden randomisiert, von denen sowohl über 6.000 Patienten Tranexamsäure erhielten, als auch über 6.000 Patienten in der Kontrollgruppe mit einem Placebo versorgt worden sind. Die Einschlusskriterien waren Patienten mit Schädel-Hirntrauma und einer GCS von 12 oder niedriger, beziehungsweise dem Nachweis einer intrakradiniellen Blutung im CT. Als Intervention wurde 1 Gramm Tranexamsäure über 10 Minuten gegeben, anschließend nochmals 1 Gramm über 8 Stunden. Die Dosierung erinnert berechtigt an die der CRASH-2-Studie. Der primäre Rennpunkt war der Tod innerhalb von 28 Tagen und in den Ergebnissen konnte keine Reduktion der durch Schädel-Hirntrauma verursachten Sterblichkeit erkannt werden. Gleichzeitig auch keine Reduktion der Gesamtmortalität. Es gab keine unterschiedlichen Ergebnisse bezüglich des neurologischen Outcomes dieser Patienten, und zwar unabhängig vom Zeitpunkt der Applikation von Tranexamsäure und auch unabhängig von der Schwere des Schädel-Hirntraumas. Zuletzt gab es auch keine Unterschiede in der Häufigkeit thromboembolischer Komplikationen zwischen den beiden Patientengruppen. Schaut man sich die Patienten an, die präklinisch Tranexamsäure erhielten und überprüft das neurologische Outcome nach 6 Monaten, kann man sich sehr schön jetzt der Untersuchung von Susan Rowell behelfen, die im JAMA 2020 genau das untersucht hat. In einer multizentrischen, doppelverblindeten und randomisierten Studie an über 20 Traumazentren hat sie untersucht, ob die Tranexamsäuregabe in der Präklinik genau auf dieses neurologische Outcome tatsächlich einen Einfluss hat oder eben nicht. Und tatsächlich kam als Ergebnis heraus, dass bei Patienten mit nicht ganz so schwerem, also einem eher moderaten Schädel-Hirntrauma, die präklinisch Tranexamsäure erhalten hat, nicht signifikant davon profitierten, wenn man sich den primären Endpunkt anschaut. Auf dem Boden dieser Ergebnisse muss jetzt berechtigt infrage gestellt werden, ob Tranexamsäure bei Patienten mit isoliertem Schädel-Hirntrauma tatsächlich angebracht ist. Gut, nun kann man natürlich sagen, dass Blut im Kopf nicht nur nach Trauma entsteht, sondern auch eine spontane intrazerebrale Blutung oder eine Subarachnoidal-Blutung. Die Ursache für Blut im Kopf sein kann, also ein Blutungsgeschehen, das ebenfalls eine Girnungstherapie eventuell benötigen würde. Mein Gegenargument für den heutigen Tag und diesen heutigen Vortrag, der die präklinische Gabe von Tranexamsäure in den Fokus stellt, ist, dass wir im präklinischen Rettungsdienstbereich nicht in der Lage sein werden, vor CT-Untersuchung tatsächlich zu beweisen, dass es sich nicht um eine ischemische, sondern um eine blutige Genese handelt. Dennoch nur so viel dazu. Sowohl die TICH2-Study als auch die Ultrastudy zeigen keinen wesentlichen Vorteil für die Patienten, die in den randomisiert kontrollierten Studien Tranexamsäure erhielten. Ein Grund mehr, sich präklinisch bei einem solchen Verdachtsmoment zurückzuhalten, bis in den zentralen Notaufnahmen durch CT tatsächlich die Blutung von dem ischemischen Geschehen differenziert worden ist. Bleiben noch zwei Blutungssituationen, die auch im präklinischen Bereich sicherlich ohne erweiterte Diagnostik erkannt werden könnten. Einerseits die postpartale Blutung und andererseits die gastrointestinale Blutung. Sicherlich eine der größten Untersuchungen und auch eine der bekanntesten zum Thema postpartale Blutung ist die Women's Trial, die 2017 veröffentlicht worden ist. Über 20.000 Patienten wurden hier eingeschlossen und erhielt nach Protokoll ein Gramm Tranexamsäure und bei persistierender Blutung nach 30 Minuten oder einem erneuten Blutungsgeschehen innerhalb der ersten 24 Stunden nochmals ein Gramm Tranexamsäure. Im Ergebnis zeigte sich kein signifikanter Unterschied zwischen der Tranexamsäuregruppe und der Placebo-Gruppe. Aber, und das muss definitiv zur Kenntnis genommen werden, die Sterblichkeit war aufgrund von Blutungskomplikationen in der Tranexamsäuregruppe deutlich niedriger als in der Placebo-Gruppe. Besonders deutlich war auch die Reduktion der Sterblichkeit in der Gruppe der Patientinnen, die Tranexamsäure sehr frühzeitig vergleichbar mit den Ergebnissen der CRASH-2-Studie innerhalb der ersten drei Stunden erhielten. Im Hinblick auf übrige Todesursachen zeigten sich keine Unterschiede in den verschiedenen Gruppen und auch die Hysterektomie-Rate war gleich. Meine persönliche Ansicht, auch im Hinblick auf diese Untersuchungen, ist allerdings eindeutig. Wir erkennen die postpartale Blutung zu spät. Blutverluste werden häufig deutlich unterschätzt und wenn wir jetzt diese Ergebnisse mit in Betracht ziehen, wissen wir, dass nur die frühzeitige Gabe von Tranexamsäure tatsächlich in den Subgruppen zu einem besseren Erfolg führt. Und wenn man jetzt noch mit in Betracht zieht, dass die Komplikationsrate zwischen den beiden Gruppen, also der Tranexamsäuregruppe und der, der Placebo gleich war, sehe ich hier eher eine Indikation für die aggressive und frühzeitige Applikation von Tranexamsäure, wenn der Verdacht auf eine postpartale Blutung gestellt ist. Bleibt aus meiner Sicht noch die kurze Beleuchtung der gastrointestinalen Blutung, die auch präklinisch manchmal imponieren kann und häufig eine Blickdiagnose darstellt. Um diese Fragestellung näher zu beleuchten und heute für diesen Vortrag zu beantworten, hat es sicherlich Sinn, sich die Hold It Trial aus dem Jahr 2020 anzuschauen, eine wirklich gut designte Studie, die die Tranexamsäuregruppe mit möglichst früher Gabe von Tranexamsäuren untersuchte. Die Ergebnisse dieser Studie waren klar. Der primäre Outcome-Parameter war der blutungsbedingte Tod bis zu 5 Tagen nach der Randomisierung. Tatsächlich konnte hier allerdings kein signifikanter Unterschied bei den letztlich knapp 12.000 Patientinnen und Patienten beobachtet werden. Der blutungsbedingte Tod bis Tag 5 nach Randomisierung betrag in der Tranexamsäuregruppe 3,7% versus 3,8% in der Placebo-Gruppe. Auch die sekundären Outcome-Parameter hatten hier keine wesentlichen Unterschiede gezeigt. Dazu gehörten unter anderem der blutungsbedingte Tod schon nach 24 Stunden oder nach 28 Tagen, die erneut aufgetretene Blutung innerhalb von 24 Stunden oder 5 Tagen, sowie der Transfusionsbedarf oder auch die Rate an operativen Eingriffen wie Endoskopien oder Operationen. So oder so muss gesagt werden, dass für die gastrointestinale Blutung hier offensichtlich überhaupt gar kein Hinweis bestand, dass die Patientinnen und Patienten von der frühzeitigen Gabe von Tranexamsäure profitierten. Und so komme ich nun zum Abschluss dieses Vortrages und möchte als Fazit drei wesentliche Punkte hervorheben. Erstens, Tranexamsäure rettet Menschenleben und das ist meine feste Überzeugung, allerdings nur bei bestehender Indikationsstellung. Und die ist aus meiner Sicht am ehesten zu sehen in polytraumatisierten Patienten, die in einer schweren Schocksituation vorgefunden werden und offensichtlich eine schwere Hämorragie erleiden. Hier ist es sehr wahrscheinlich, dass die Hyperfibrinolyse als Bestandteil der traumatisch induzierten Chorgulopathie Unwesen treibt und durch die frühzeitige Gabe von Tranexamsäure das Outcome unserer Traumapatientinnen und Patienten wesentlich verbessert werden kann. Die zweite Indikationsstellung ergibt sich aus meiner Sicht in der postpartalen Blutung, nicht zuletzt aufgrund der Tatsache, dass wir die Blutungssituation oft viel zu spät erkennen und dann nur noch hinterher rennen und es zu dramatischen Folgen für die Patientinnen kommen kann. Weitere Indikationen zur Behandlung größerer Blutung im präklinischen Setting können aus meiner Sicht derzeit nicht gestellt werden. Tranexamsäure ist und bleibt eben nicht ein Wirkstoff, der aus dem Land kommt, in dem Milch und Honig fließt, sondern es handelt sich um ein Medikament mit Wirkung und Nebenwirkung, dessen Indikationsstellung wohl bedacht und gezielt eingesetzt werden muss. Die zweite Indikationsstellung Die zweite Indikation